Einen guten schönen guten Abend hier aus Tölz. Wir sind hier im Zelt. Die letzte Folge war im Januar 2009. Das ist lange her. Wir waren nicht untätig. Jetzt spielt gerade Scorefall im Hintergrund. Jetzt gerade nicht, aber jetzt dann gleich wieder. Wir haben gerade gespielt auf der Bühne da hinten. Ich muss sagen, es hat ordentlich geraucht. Das Wasser ist von der Decke getropft und das lag nicht ohne Grund an unserem Neuen. Der Neue, der Herr Birke, der sitzt jetzt neben mir und der erzählt jetzt mal einen Schrank aus seinem Leben, wie er denn eigentlich zu uns gefunden hat. Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte und eigentlich auch überhaupt nicht. Hallo! Wie fandst du den Abend bis jetzt? Äh, geil. Wie fandet ihr Scab? Sau geil. Scab bei Endgeholt. Ohne Scheiß hat End gezogen. Scab? Gut. Schön wäre, wenn mir so viel Bart wachsen würde, tut es aber nicht. Aber mir gefällt es. Ja, und wie ist es heute Abend so mit mir und ihr? Hm? Wie gefällt euch der ganze Abend so? Edgall. Sawgall. Ich sag mal Scheißer-Puls. Lang lebe Scab vor. Was? Wie bitte? Wie fandst du Scab? Super. Ich hatte deine Frage nicht verstanden. Rock'n'Roll forever. Sie haben mich was gefragt. Genau, ich wollte wissen, wie es mit ihr und mir ist heute Abend. Ach so. Keine Ahnung. Ihr habt gehört, die Story ist stinklangweilig. Aber am Ende ist er doch bei uns gelandet. Er steht jetzt immer zu meiner Rechten. Wir waren ja vorher Fotos machen in einem Kino, ganz spontan alles hier in Tölz. Ja, jetzt sind wir hier im Kino-Center in Tölz und da machen wir jetzt unser Band-Shooting, unsere Fotos. I am happy, though it sounds awful. I am happy and you will never understand. You're so lucky, though you have no clue. You're so lucky, still I wonder how you will. Oh, I cannot thinkin', yeah, we're not thinkin', this is something you're used to. Wir haben in dieser Zeit auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel einen unfassbar guten Video gedreht. Zu My Song For You, der neue Single, kommt am 23.10. raus. Und hier kommt noch Gewächshaus nach und Schwimmbad von hier bis hier. Dann müssen wir immer noch gucken, wo wir dieses Dach bei Nacht reinmachen. Ja, das ist kein Massenmöglich. So wird es sein jetzt. Wahnsinn, oder? Musikvideo auf einem DIN A4-Zettel. Wir drehen jetzt hier den letzten Refrain. Wir hatten ein traumhaftes Konzert, das muss man echt mal sagen. Heute hat der Doktor Geburtstag. Er ist 26 geworden. Dazu gibt es jetzt die Highlights des Doktors in den letzten paar Jahren. Genau, jetzt. Fahr jetzt, Doktor, mach mal. Ich lasse noch 150 Meter. Ja, wir fahren ohne dir. Wir fahren ohne dich. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020